Was, 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 ich hab nichts gegen den. Ich sag sogar, er ist, er ist kein Pädophiler, er ist kein Pädophiler, ja, Team, ist er nicht. Aber er hat halt Scheiße gebaut, Bruder, aus der ich ihm nicht helfen kann, Rusi nicht helfen kann, was, Allah kann ihm daraus helfen. So, nur Allah hilft ihm daraus, Bruder. Und wenn er schlau ist, wenn er schlau ist, dann zeigt der Reue, kommt und erklärt die Situation, Bruder. Erklärt die Situation. Die Leute müssen ihm glauben. Die Leute müssen ihm glauben. Er muss was bringen, er muss was bringen, was die Leute, er muss was, nicht was die Leute ihm glauben, er muss bringen, dass das falsch ist, dass das falsch ist, was da passiert ist, Bruder. Er muss das machen, er muss das für sich machen, er muss das für seine Familie machen, Bruder. Wie werde ich dir hingestellt, weil ich ein Volk bin, ja, du hast der Sache Gewicht gegeben, nix gegen Rusi, ich küsse dein Herz, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Aber erzähl mir doch nicht, dass ich was falsch gemacht habe, Bruder. Erzähl mir doch nicht, dass ich was falsch gemacht habe, Bruder. Ich schwöre bei Allah, lass mich hier nicht durchdrehen. Einer macht das bei meiner Tochter, ich schwöre auf meine Mutter, lass mich nicht ausrasten hier. Erzähl mir nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Wollah, aber was ist das, Bruder, ja? Wollah, wie kann das, wie soll ich das schuld sein, Bruder? Habt ihr von mir sowas gesehen, dann habt ihr nicht. Seht ihr sowas von mir? Wollah, Billa, nein. Oksum Billa, niemals im Leben, er wünscht mich umbringen. So. Hört auf mit der Scheiße, Bruder, hört auf damit. Wollah. Ich verstehe, Bruder, er ist auch am, er, Bruder, Wuss geht einen sehr seriösen Weg. Er ist mit, Dankeschön, Bruder. Er ist mit Neymar, er ist mit Mbappé in, wo war das? Frankreich. In Südfrankreich. Haha, Stößchen, Videos, hier. Wuss macht eine steile Karriere. Er ist ein guter Reporter, er hat viel für Hip-Hop getan. Er hat auch viel für uns getan. Keiner will ihm das abnehmen, Bruder. Keiner will ihm das abnehmen. Okay? So. Aber, wenn er das jetzt mitkriegt, dass da so eine Scheiße passiert ist, dann natürlich fuckt ihn das ab, weil er kriegt die Kacke doch auch ab. Er kriegt die Kacke doch auch ab. Er ist doch sein großer Bruder. Er wollte doch einfach nur seinen Weg gehen. Ich wollte einfach mit Mbappé, ich wollte einfach mit Mbappé diesen Hundesohn, ich wollte einfach einen Sekt mit ihm trinken. So. Sind wir gefickt worden? Ja. Ja. Einer schreibt, du warst unloyal. Geh und block dir nicht. Komm und. Ich hör mal was zum Trinken. Geh und block dir nicht. Ich war unloyal. Ah, ah, solid ja nebbi, solid ja nebbi. Solid ja nebbi. ellos. Ja.